Jo Leute und willkommen hier auf meinem Kanal NKF. Schön, dass ihr immer noch so aktiv und treu am Start seid. Es ist mir eine absolute Ehre, dass ihr hier mit am Start seid und mich so krass supportet auf diesem Kanal. Wirklich unfassbar nice. Ich muss ja ganz kurz Sony Vegas rüberziehen. Das rendert nämlich gerade ein Video nebenbei. Irgendwie kackt das gerade die ganze Zeit ab und deswegen muss ich das jetzt mal kurz machen. Und zwar hat FIFA Gaming sein Ende verkündet. Das Ende von FIFA Gaming 2.0. Für die Leute, die es nicht wissen, FIFA Gaming hat voriges Jahr am 3.1. glaube ich. Ich nehme das gerade eben auf, am 3.1. hat genau vor einem Jahr ein Video gemacht mit das Ende von FIFA Gaming. Und hat dann aber sich nicht dran gehalten und hat einfach weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Also er hat es einfach nicht beendet. So geil einfach. Also absolut geil. So er hält halt sein Wort und mal schauen, was er jetzt dazu sagt. Freuze Video hier auf meinem Kanal. Erstmal schöne Weihnachten an alle, die Weihnachten feiern. Was ist zu leid. Warte, ich mache es mal lauter für euch. Genießt die Feiertage, was auch immer ihr macht. Keine Ahnung. Habt eine schöne Zeit. Ich nehme das Video hier gerade zum, ich glaube, fünften oder sechsten Mal auf. Ich glaube, das zeigt schon eigentlich, dass es relativ ernst ist. Weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Video so oft aufgenommen habe, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren. Wichtig wäre mir jetzt, lasst ein Like da. Von mir aus könnt ihr auch ein Dislike da lassen, wenn ihr jetzt sagt, Da, das, er labert ewig. Das ist doch wie das Wichtigste. Ey, das ist dein letztes Video. Weil ich glaube, er hat auch die Bewertung ausgestellt, ne. Ja, er hat die Bewertung ausgestellt, aber ganz wichtig für ihn ist, und das ist einfach sein letztes Video, oder beziehungsweise das Ende vom Fieber Gaming, ganz wichtig ist für ihn dann halt auch einfach noch eine Bewertung da lassen. Ja, weil das ist, das ist einfach wichtig, ja. Ja, das ist das, was er am meisten braucht, so. Also anstatt zu sagen, ey, kommentiert gerne das Video, gebt Feedback oder so, ey, ey, Leute, bitte einfach das Video mal bewerten, egal ob negativ oder positiv, ähm, das ist das Allerwichtigste, ja. Das, äh, das ist das, was FIFA Gaming voranbringt. Wie nur, nur Blödsinn. Ey, wirklich, also, also, Mali hat schwere Probleme. Mali hat richtig schwere Probleme. Die, die checkt gar nichts mehr, also meine Katze, das ist Wahnsinn. Wichtig ist nur, dass ich eine Bewertung da lasse, und noch wichtiger ein Kommentar, Leute. Schreibt einen Kommentar, ihr könnt gerne kommentieren, was ihr zu Weihnachten bekommen habt, ähm, schreibt gerne rein, was euer Weihnachtsgeschenk war, ja, bin gespannt, was der Weihnachtsmarkt vorbeigebracht hat. Ich hoffe, 12.000 FIFA Points, mindestens unordentlich Packlack fürs Team of the Year. Könnt gerne reinschreiben, was war der beste Spieler, den ihr in FIFA 22 gezogen habt bislang? Was war der beste Spieler, den ihr jemals in FIFA gezogen habt? Könnt auch gerne reinschreiben, äh, eure Team of the Year predict. Wollen wir mal wetten, niemand hat das reingeschrieben? Wichtig, wichtig ist, dass ihr eine Bewertung da lasst. Perfekte, die Bewertungen sind einfach ausgestellt. Das ist so geil. Kritische Zeit, okay, also es schreibt hier keiner rein, irgendwas mit, äh, das hab ich gezogen und das hab ich gezogen. Ja. Okay, nice, man, nice, man, okay. Äh, ja, also das Ding ist, irgendwie, irgendwie ist das schon, ich finde, äh, FIFA Gaming ist schon irgendwo eine Legende so, der, der darf einfach nicht aufhören. Ich, das ist einfach, der darf nicht aufhören, irgendwie brauchen wir diesen Content. Wir brauchen diesen Content auf YouTube. Ich, also, ich finde ihn, ey, it's so real, ich finde ihn wirklich relativ sympathisch. Es gibt jetzt nichts, wo ich sage, ey, FIFA Gaming, unsympathischer Typ, kann ich mir nicht geben, schlechter Mensch und sowas. Gar nicht. Ja, ich finde ihn sehr sympathisch, aber der macht so viele Fehler auf YouTube. Der lädt einfach an einem Tag 144 Videos hoch. Der lädt einfach 20 Mal seinen, seinen eigenen Song, äh, hintereinander hoch und so. Das sind solche Sachen, die, die kannst du dir, das darfst du halt nicht machen, weil dein Kanal stirbt halt deswegen. So, und er braucht sich dann halt nicht wundern, dass er den Kanal dann abkackt. Das ist ein bisschen traurig. Wer kriegt eine 99er Team auf dir Karte? Ronaldo, Messi, Lewandowski, alle drei. Ich weiß es nicht. Hauptsache, wie gesagt, lasst einen Kommentar da, lasst eine Bewertung da. Das wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig. Mir auch, mir auch. Damit das Video empfohlen wird, damit das Video angezeigt wird, weil das ist halt nicht mehr der Fall bei mir. Die Videos werden nur vielen Leuten vorgeschlagen, wenn das Video viele Aufrufe hat, viele Bewertungen hat, viele Kommentare in den ersten Stunden. Und deswegen wäre es jetzt am Anfang sehr, sehr wichtig. Alles das, was ich nicht mehr habe auf meinem Kanal, was ich auch selber schuld bin, brauchen wir gar nicht drum herum reden, über die Kacke, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, die vielen Videos und so weiter und so fort. Es soll jetzt nicht wieder ein Video sein, irgendwie, ja, sorry, das und das und das. Ich will mich jetzt hier auch gar nicht entschuldigen oder was auch immer. Ihr habt es gelesen, das Ende von Fever Gaming 2.0. Ich höre auf. Ihr denkt euch, jetzt dasselbe Video habe ich vor einem Jahr schon mal gemacht, dass nichts passiert. Es ging so weiter wie zuvor. Stimmt. Ich wollte doch damals schon aufhören. Ich habe dann doch zum Team auf dir noch mal Bock bekommen, dann doch noch mal weiter gemacht. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das, was er jetzt sagt, ist gerade eine Lüge, Leute. Ich weiß es noch ganz genau, weil ich werde dazu auch ein Video machen. Ich weiß es ganz, ganz genau. Oder ich habe vielleicht schon in dem Moment ein Video gemacht. Er hat damals das Video gebracht, ich habe keine Lust mehr auf FIFA. FIFA macht mir keinen Spaß. Ich habe noch Coins auf meinem FIFA-Konto, aber ich nutze das nicht, weil das einfach ein scheiß Spiel ist. Mir macht das keinen Bock. Und dann, zwei Wochen nachdem er gesagt hat, ey, es ist Schluss, ich mache das nicht mehr mit FIFA, hat er wieder, hat es ihm angeblich wieder gerappelt und dann hat er gesagt, ey, ich habe jetzt wieder Bock drauf auf FIFA. Nein, das hat er nur gemacht, weil Team of the Years rauskam. Das ist das, wo FIFA nochmal im Hype ist und wo man versucht, nochmal Klicks mitzunehmen. Das ist bei jedem FIFA-Kanal so. Ihr müsst einfach mal gucken, so immer im Januar, also gerade so Silvesterzeit oder Weihnachtszeit, da sind, da ist die FIFA-Hype-Phase wieder am Start, weil da sind nochmal die krassesten Packs, kommen da raus und die krassen Karten, die kommen da raus. Und deswegen nehmen da ganz, ganz viele Pack-Openings auf und es wird halt gut geklickt. Und das hat er versucht, auch noch mitzunehmen, weil er hat eh noch FIFA-Coins auf seinem Kanal, FIFA-Points auf seinem Kanal, was ja völlig in Ordnung ist, aber es lag nicht daran, weil er wieder Bock drauf hatte, es lag einfach daran, weil er gemerkt hat, ey, das bringt nochmal Klicks, ich kann nicht da wenigstens nochmal den letzten Set rauskitzeln. Ich habe eh noch FIFA-Points auf meinem Account. Weißt du, da hat ja auch niemand was dagegen, aber er stellt sich jetzt so hin, wie ey, ich hatte wieder echt Bock drauf. Er hatte keinen Bock drauf, so, das hat man auch gesehen. Oh, nice, meine Kamera hat sich aufgehangen. Neul ist bloß ein Anstarrwettbewerb, das ist einfach nur ein Talk, ja. Okay, ich bin wieder am Start, Leute. Perfekt. Hab jetzt die letzten Wochen und Monate überlegt und bin mir eigentlich zu 99,9% sicher, dass es jetzt das Ende von FIFA Gaming sein wird und auch irgendwann mal sein muss. Ja, aber es ist fast noch ein Prozent da, ne? Scheiße, scheiße. Ja, vielleicht sind die 99% nicht genug. Ich glaube, ich habe den Punkt, wo man hätte aufhören können, man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich glaube, den habe ich lange überschritten. Das ist halt leider das Problem. Das ist leider der Fehler. Es wird höchstwahrscheinlich kein schönes Ende mehr geben. Es kann eigentlich nur noch ein schlechtes Ende jetzt geben. Dadurch, das bin ich auch selber schuld. Ich möchte dieses schlechte Ende, weil, wie gesagt, es kann nur noch ein schlechtes Ende werden, weil das schöne Ende habe ich mir selbst versaut. Quatsch! Quatsch! Das ist Käse! So, weißt du, da könnt ihr ja jetzt noch gute Videos machen, wirklich gute Videos machen, gute Qualität, vielleicht mal mit einer guten Aufnahme, mit einer guten Kamera und sowas, wirklich auch mal kreativere Videos als das, was er so hoch lädt und dann könnte er doch safe ein besseres Ende haben oder wieder mit seinem Kanal mehr durchstarten, weil dann die Leute auch wieder Gefallen dran finden. Ich finde, der hat es noch nicht. Er könnte wieder mehr Aufrufe erreichen. Ich finde, er könnte wirklich mehr Aufrufe erreichen. Das Video hat 15.000 Aufrufe. Ja, klar, steht jetzt drin mit YouTube auf Statements, Ende vom FIFA Gaming, ist noch mal so ein bisschen, was auch noch mal ein bisschen spannend ist, aber probier es doch einfach, geile Videos zu produzieren, investiere viel Zeit da drin und vielleicht finden die Leute da wieder dran gefallen und dein Kanal geht wieder nach oben. So, ich denke, es gibt genügend Leute, die dir trotzdem noch gönnen würden. So, ich bin auch jemand, der sagt, ey, du hast auf jeden Fall, ja, auch wenn du schon 300 Mal verkackt hast, hast du auf jeden Fall noch eine Chance verdient, weil du bist ja jetzt an sich kein schlechter Mensch. Du hast jetzt niemandem was angetan, du bist, ja, du hast, ein FIFA Pack hast du mal gefaked, ja, und hast 100.000 Videos in einem Jahr hochgeladen, aber ansonsten, du hast dir halt dein eigenes Grab geschaufelt, aber du kannst auch genauso von alleine wieder auferstehen und den Kanal wieder beleben, aber mit ordentlichen Videos. Also, ich denke, ich denke, er hätte noch Potenzial, wenn er sich auch mal so ein bisschen in die heutige Zeit hineinversetzt, mal, ja, vielleicht wieder mehr Reichweite zu bekommen. Let's go. Ich meine, jeder kennt FIFA Gaming, ja, also, jeder guckt auch mal vorbei bei FIFA Gaming, so, deswegen, probier's doch. Ähm, ich möchte dieses schlechte Ende aber wenigstens noch halbwegs positiv rumdrehen, weil ich glaube, das bin ich euch als Zuschauer schuldig, den Leuten, die mal gerne meine Videos geschaut haben, die Leute, die vielleicht immer noch gerne meine Videos schauen, auch wenn es halt wenig Leute sind, aber ihr habt es halt verdient, dass trotzdem das Ganze noch zu einem schönen Ende kommt. Ja, am 1.1. um 12 Uhr wird hier auf meinem Kanal ein Video kommen, das hier wird nicht das letzte Video sein, es wird auch am 1.1. nicht das letzte Video sein, ja, 1.1. 12 Uhr, da werde ich noch mal genau erklären, wie das Ende, wie die letzten Videos hier beim Projekt FIFA Gaming aussehen werden, ähm, deswegen hoffe ich, dass ihr alle dabei seid, am 1.1. um 12 Uhr, deswegen hoffe ich, dass ihr dieses Video hier verbreitet, dass ihr Likes da lasst, Kommentare da lasst, damit das Video möglichst vielen Leuten angezeigt wird, am 1.1. natürlich das Gleiche, da werde ich dann noch mal erklären, wie es jetzt weitergehen wird, beziehungsweise wie die letzten Videos aussehen werden, und, ja, dann wird das ganze Projekt FIFA Gaming danach zu Ende gehen, äh, wie gesagt, ich glaube, es ist lange überfällig, ähm, und, also ich bin gespannt, ob er das wirklich durchzieht, er hat es letztes Jahr nicht durchgezogen, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr durchzieht, es klingt jetzt so, als würde er es wirklich machen, aber letztes Jahr klang das auch schon so, dann hat er zwei Wochen später wieder Videos hochgeladen, ganz normale Videos hochgeladen und auf alles geschissen, was er gesagt hat, ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, auch wie die Videos werden, ähm, ob er vielleicht mal was anderes macht, außer dieses Karrieremodus zocken mit schlechter Qualität, äh, vielleicht bringt er wirklich mal coolen Stuff, ich meine, er müsste eigentlich auch von seiner Hype-Phase, der hat richtig krass viele Views gemacht in seiner Hype-Phase, äh, müsste er eigentlich gutes Geld verdient haben, um sich auch vielleicht mal noch eine Kamera zu kaufen, mal eine gute Kamera zu kaufen oder so, und, äh, da könnte er eigentlich mal wieder gute Videos produzieren, das wäre echt mal ganz nice, auch mal einer guten Qualität, guck mal hier, 2,8, äh, 2,6 Millionen, 1,7, 1,4, 1,3 Millionen, 1,3, 1,1, Junge, das sind geisteskrank viele Views, also der hat so viele Views auf seinem Kanal, äh, warte, hier 220 Millionen Views, also der hat rund über, 100 bis 200.000 mindestens, das ist 3, 4, 500.000 hat er gemacht mit dem, mit seinem YouTube-Kanal, so, plus Placements, der hat ganz, ganz viel Geld verdient, und wenn er sich schlau angestellt hat, der wohnt ja noch bei seinen Eltern, so, das heißt, an sich müsste der nicht so viel Geld bezahlen, der hat nicht viele Ausgaben, er hat gutes Geld gespart, und an sich müsste der eigentlich das, das finanzielle haben, um sich eine gute Qualität leisten zu können, und wenn er dann auch noch vielleicht sich ein bisschen hinter, hinter seinen Videos klemmt, auch hinter ein Schnittprogramm klemmt, um ein paar Videos mal zu schneiden, dann könnte er deutlich, deutlich mehr rausreißen aus seinen Videos, dann könnt ihr auch wieder in der FIFA-Szene ordentlich mitmachen, und wenn er keinen Bock auf FIFA hat, macht er was anderes, was vielleicht auch so gut abgeht. Es ist einfach auch Fakt, dass ihr, oder dass ich euch schuldig bin, dass wenigstens vielleicht noch zum Abschluss ein paar freshe Videos kommen, das hoffe ich zumindest, dass das noch gelingt, damit ich dieses, wie gesagt, negative Ende, was es eigentlich nur werden kann noch, dass ich das noch irgendwie halbwegs positiv wenden kann, weil, wie gesagt, ich bin es euch schuldig, ich bin es mir auch so ein bisschen schuldig, weil ich habe so viel Zeit meines Lebens, so viele Jahre, so viel Geld auch da rein investiert in das Ganze, das bisschen blöd wäre, wenn das Ganze jetzt so endet, wie es halt jetzt aktuell ist, so, ja, oder wenn das Ganze man jetzt einfach beenden würde, das wäre halt einfach blöd. Ja, deswegen bin ich gerade selber ein bisschen traurig so, aber es muss so sein, es wird so sein, ich hoffe, es wird, wie gesagt, noch ein gutes Ende geben, und ja, dann würde ich sagen, also, er sagt in dem Video, ja, es ist jetzt eh zu spät, es wird kein gutes Ende geben, und jetzt sage ich so, ey, ich hoffe, es wird ein gutes Ende geben, ey, ich wünsche ihm auch ein gutes Ende, muss ich auch sagen, am 1.1. um 12 Uhr, ich hoffe, ihr seid am Start, ich würde mich wirklich sehr freuen, wie gesagt, lasst ein Like da, Dislike von mir ist auch gerne, und wichtig, lasst einen Kommentar da, damit das Video möglichst vielen Leuten angezeigt wird, und ja, dann sehen wir uns hoffentlich am 1.1. um 12 Uhr, Leute, ich danke euch, für die Zeit, die ihr euch genommen habt, und, ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Ey, jetzt mal Realtalk, ich mag FIFA Gaming eigentlich, aber ich finde den Content halt unterirdisch schlecht, aber ich mag den eigentlich, das ist ein sympathischer Typ, es gibt, ich habe nichts auszusetzen gegen FIFA Gaming, der Typ ist sympathisch, ich mag den, aber der hat seinen Kanal so krass gegen die Wand gefahren, das tut mir richtig leid, das tut mir richtig leid, weil der hat eigentlich, der hätte es so viel besser machen können, aber die Thumbnails waren jahrelang brutale Scheiße, nur noch Clickbait, irgendeine Scheiße hochgeladen, 144 Videos an einem Tag hochgeladen, und das ist alles so viel, was da mit dazu kommt, wie so dumm eigentlich, weißt du, so auf ganz vielen Ebenen ist das dumm, was er gemacht hat, aber an sich mag ich ihn so, der ist ein sehr sympathischer Mensch, ah, das ist bitter, wirklich, das ist sehr, sehr bitter, weiß nicht, weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ich finde es, ich finde es schade, um den Kanal, weil ich denke, er hätte, er hätte noch einiges rausholen können, ich weiß nicht, es ist natürlich jetzt irgendwo zu spät, was so seine Gesamtrechweite angeht, aber er macht jetzt schon seit Jahren einfach nur einen denselben Fehler und verspricht auch etwas, was er da nicht einhält und labert viel Mist, das ist ein bisschen schade, weil, ja, wie gesagt, so sympathischer Typ ist er trotzdem, Leute, schreibt gerne mal rein, wie ihr FIFA Gaming findet, wie ihr das findet, dass er jetzt aufhören möchte, beziehungsweise in ein paar Monaten aufhören möchte, schreibt es gerne mal rein, und, ja, Dankeschön fürs Zusehen, Liebe geht raus, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, und ein schönes Jahr 2022, ja, in diesem Sinne, haut rein, ich denke schon an das Wängchen, euer Alpha Kevin und ciao.